Wurde es als erster gezogen, Faust oder Ficker? Ficker. Rapper Mittwoch Battle Mania 400. Er hat gesagt, du sollst anfangen. Raptor, acht Takte Freestyle Schlagabtausch auf einem Beat von Kelly Agents. Sehr schön, Alter. Alle Heure Hände in die Luft, Berlin, das erste Battle am heutigen Abend. Und Raptor fängt an und wirklich, Alter, hört genau zu. Let's go! Okay, du kommst gegen meinen Bro, an der Snow. Halt die Fresse, du hast einfach einen miesen Whackflow. Dein Schwanz ist übermiesen, so Wicklow. Sick, yo, Dicker, ich geb dir mies, Bro. Du hast keine Ahnung, ich geb dir einfach böse Lines. Du weißt ganz genau, du hast einfach keine Punch parat. Ich weiß nicht ganz genau, aber du kommst mit deinem Fahrrad. Halt deine Fresse, Dicker, ich kick dich zu deiner Mama. Ich komm an Braco, wie ich die Rapper hau. Meine Eier, Dicker, als die Zitten deiner Frau. Wer will Brief mit mir? Kapital, ich dicke alle, alle, Dicker. Alle, alle, ey. Ohne Sinn. Ich hab Sex mit mehreren Lehrern. Rapper wollen Brief in Eganen. Was ist los, Dicker, alle laugen. Ich lass alle saugen. Bratan, die wird schwarz. Was wird alles hauen? Halt die Fresse, ich geb dir die miese Kresse. Halt die Fresse, deine Mama will, dass du dann isst. Scheiße, heute regnet es nicht. Ja, Rambo oder so. Hast du heute dein Essen aufgegessen? Deine Mama fragt, shit, war dein Vater da? Aber er sagt, nein, shit, ich hab keinen Vater parat. Deswegen gibt's keine 10 Euro jeden Tag. Deswegen muss er seinen Haze in der Hasenreise klären. Guck, sie haben Brach. Die sind doch immer drauf. Ich bin nicht so wie sie. Ich ess mein Essen immer auf. Und sie sagen, meine Werkmale, radikale, genetischen Merkmale. Merken alle, hä. Brei, scheiß auf diese Ghetto-Typen. Die können nicht mal richtig lesen. Euro-Blüfen. Und sie sagen, Kapital-Rapper übertrieben. Einzigartig. Pyramid. Halt die Fresse, ich geb' dir jetzt miese Bomben. Du hast keine Ahnung von Rappern. Ich geb' dir miese Klauseln. Ich schreie in das Möcch hinein, weil du nicht verstehen kannst. Du bist ein alter Sack, dicker. Käppi, weg, gegen Reim. Tut mir leid, okay. Ich geb' dir paar Checks, aber ich weiß ganz genau, du willst paar Checks. Deswegen gibt's paar Dracks, aber ich geb' dir miese Böse. Du teest dein Schwarz und kriegst die wirkliche Böse. Und wenn ich will, dann sind die Ents, sie ist am Blasen. Merk dir eins, niemals Käppi anfassen. Sonst gibt's böse Schläge oder ohne Dägel. Wenn ich will, brah, geb ich dir böse Schläge. Hier oder vor dem Club. Rapper wollen Beef, aber werden dann genut' ich. Ah, was ist das für ein Wuschi-Battle? Ihr macht da auf Wart, draußen stand da mit dem Multizettel. Aus! Gebt euch Respekt. Wuhu! Yes! Sehr schön, jetzt wird gekuschelt, Alter. Das war keine Absicht mit dem Käppi, aber bitte immer aufpassen, dass Berlin, ich kenne Zeiten... War zu frech, ja. Ich kenne Zeiten, da flog ein Käppi, danach flogen Stühle, Alter. Verstehst du, was ich meine? Das kennen wir alles noch, Alter. Deswegen bitte niemals nachmachen ohne professionelle Aufsicht. So, ihr könnt das entscheiden. Ihr könnt das entscheiden. Die Entscheidung liegt an eurer Hand. Ich fand's ein sehr interessantes erstes Battle. Zeigen wir eure Hände für den MC, der hier angefangen hat in diesem Battle. für Raptor. Zeigen wir eure Hände für den MC, der hier nachgelegt hat in diesem Battle für Kapital. Tja, Gremium sagt da nix. Keine Ahnung. Herzlich willkommen im Halbfinale Kapital. Bis zum nächsten Mal. geographical классisch. Macheschules字 dass— Netz härköperat. Gasisch. Ja. d 더 Borger White speech. Versteck kapital. Versteck. 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 Verstecker.